Klare Nummer für mich. Also es wird nicht nochmal so ein 4-4 oder was? Nein, nein, nein. Das darfst du gar keinen Fall. Also ich glaube, das wird dann eher klar und ich glaube, das wird dann 3-0, weil die Jungs dann aus dem ersten Spiel so ein bisschen gerüttelt sind. Ja, von deinem Unentschieden. Von meinem Unentschieden sind sie dann so ein bisschen wachgerüttelt. Nein, bei mir haben sie einen Sieg auf der Schulter. Also ich tippe ein 3-1, das ist ein 3-1. Aber ich denke auch, das sollte eine klare Sache werden, weil so stark wie die manchmal dann doch sind. Die Einzelspieler haben sie nicht mehr für früher. Ich glaube, das geht klar. Untertitelung des ZDF, 2020